Beziehungsweise Zombies. So und so. Dann hätten wir die Bagage hier auch. Cool, ein einsamer Fluss. Bum! Stirb! Oder lass es bleiben. Aber piss mich nicht an. Zug! Woah. So. This looks like huge. Ne, jetzt nicht. Schauen wir erstmal was da noch so kommt. Nicht mehr viel, so wie es aussieht. Ah, da geht es nach oben. Das sieht interessant aus. So, eigentlich wollte ich die Leiter hier hinsetzen. Sehr schön, dann können wir es so machen, so machen. So, 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 so. Und das Eis muss sowieso weg, dann fällt zwar der Kies runter, aber scheiß drauf. Dann haben wir hier jetzt einen zweiten, noch nicht ganz erforschten Eingang. Und da müssen wir auch noch dann oben nach hinschauen. Irgendwann mal. Und weiter geht die wilde Yacht. Wann eins. Wann wir hier auch noch einen nehmen können? Wui! Okay. Dann wissen wir hier auch Bescheid. Hier haben wir noch Kohle. Ich habe mir eigentlich schon fast gedacht, dass hier in dem Berg irgendwo eine Höhle sein muss. Das ist eigentlich bei Bergen immer so, oder? Dass die Berge durchzogen sind meistens. Noch ein bisschen Kohle eingesackt. Zink, Fump, Zink, und dahin geht's. Eisen. Oh. Jetzt können sie von oben reinkommen. Hier haben wir schon gesagt, war nix mehr, gell? Ne. Okay. Dann würde ich fast sagen, wir gehen mal diesen einen Weg da hoch. Dünn, 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 ähm, den da oder den anderen? Der scheint mir in den Berg hoch zu gehen, also nehmen wir lieber mal dabei den da. Dünn, 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 dünn. Das da sieht auch interessant aus. Okay, sieht ganz gut so weit aus. Okay, ein Skelett. Ein Creeper. Zum Hinker bin ich jetzt hier rausgekommen. Oh, noch ein Creeper. Ich glaube, wir sollten... Äh, das schafft man schon. Wow. Noch ein Zombie. Ich hoffe, ihr seht einigermaßen was. Ey, wir sind echt bis dahinten durchgekommen. Cool. Noch ein Zombie. Noch ein Creeper. Noch ein Creeper. Noch ein Skelett. Da ist Lehm. Da ist auch Lehm. Da ist auch Lehm. Okay, zack, zack. Gute Nacht. Lass es wieder Tag werden. Voila. Mäzie, Shiri. Verbrenn. Gib mir deine XPs. Oh ne. Hm. Skelett, Creeper. Nö. Nö, heute nicht. Da sind noch zwei. Die hole ich mir noch. Das waren 2, 2 hat 2 Hit Kill. Ein Wohnschut. Hui. Autsch. Das müsste da jetzt mittlerweile auch bald fertig sein. Ja, es ist fast. Da können wir eigentlich gleich, wir haben fast 60 Eisen schon wieder. Alter, ist das cool. Ich würde sagen, wir schieben gleich den zweiten dann hinterher. Außerdem haben wir noch die Kohle da drauf. Was machen wir denn sonst mit der? Zack, zack. Okay, und schon haben wir hier das da. Dann kleistern wir mal das dazu. Und eigentlich müssten wir fast das unten, diesen einen hohen Bergraum da bis oben erstmal ausleuchten und schauen, was da ist, bevor wir hier zumachen. Würde ich jetzt mal sagen. Ups. Ist ja Wahnsinn, oder? Die Creepers, die finden einen echt über 230.000 Milliarden Quadratkilometer entfernt. Explodieren, ich reiße dir den Arsch auf. Autsch. Oh, jetzt hat er sich das Genick gebrochen, aber sonst geht's ihm gut. Okay. Jetzt sagen wir schon mal kurz hinter. Ich gehe immer erst die falsche Richtung. Autsch. So, Jumpstack, oder? Mit Gravel. Ne, mit Cobblestone. Nein, ich habe da mal eine andere Idee. Einmal machen wir sowas. Und zweitens machen wir... sowas. Genau, es dürfte nämlich nicht weiterkommen, als wie wir es zu diesem Ding da. So. Ja, und jetzt müssen wir leider Jumpstacken. First Dumbledore's Büro Eingang. Komm rein, komm raus. Macht mir nichts aus. Das ist First Dumbledore's Büro Eingang. Komm endlich rein, Mann. Hier Jumpstack ich mich mal lieber wieder. Cool, da ist irgendwas. Da geht's auf alle Fälle raus. Und da geht's wieder runter. Ich hoffe, da kann keiner hoch. Na, es sieht nichts aus. Ein Skelly und ein Zombie. Das Skeletz sieht sehr gefährlich, also steht sehr gefährlich da, glaube ich. Oh, jetzt haben wir gar keine Kohle mehr. Hi. Blöd gelaufen. Hey, Fickzeug. Wie zum Hänker sind wir überhaupt? Noch nicht ganz oben, nein. Aber auf einem ziemlich erhöhten Platz. Das sieht ziemlich geil aus, eigentlich. Jetzt wollen wir erst mal wieder ein paar Fackeln. Ah, okay. Das ist diese Stelle hier. Ne, da geht's nicht durch. Erst mal die unten. So. Dann machen wir uns wieder ein paar Fackeln. Fackel die Fack. So wurde es nicht geplant, aber egal. Haben wir halt ein paar mehr. Oh. Hehe. Cool. Ah, und da oben ist die Kuh. Hallo, Kuh. Soll ich dir helfen, runterzukommen? Boah, da unten sind schon ein paar gestorben, so wie es aussieht. Haha. Ups. Interessant. Da drüben waren wir schon, so wie es aussieht. Ein Wolf. Haben wir einen Knochen dabei? Wir haben einen Knochen. Risiko. Jetzt komm her. Und? Mach mich glücklich. Nein. Du kleine Missgeburt. Sag mal nicht, tut mir leid. Hey, da sind wir. Hey, ist ja cool. Versteht ihr, was ich meine? Gib mir meine Pilze zurück. Ups. Sorry. 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 Okay. Jetzt haben wir ja wieder genug Wackeln. Das Skeletz scheint zwar weg zu sein. Allerdings scheint es so, als wäre der Zombie jetzt dafür da. Und der beachtet uns gar nicht. Wow, jetzt doch. Shut the fuck up, bitch. Das ist so großartig mit einem Creeper. Wie viel Spitzhang haben wir noch? Okay. Schon lang sind wir jetzt auch da, my ding. Und ich bin vor... Bis zum nächsten Mal. Da, da, do, 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 subscribe.